Der Timecutter Direct Collect ist der einzige Aufsitzrasenmäher, der den Nullwenderadius mit einem Direktfangsystem für das Schnittgut kombiniert und damit ein Maximum an Vielseitigkeit bietet. Die patentierte Recycler-Technik zerkleinert das Schnittgut und verteilt es dann wieder auf der Rasenfläche. Damit sparen Sie Zeit und Mühe und fördern gleichzeitig die gesunde Entwicklung Ihres Rasens. Wenn Ihr Gras lang oder übermäßig feucht ist, haben Sie die Möglichkeit, das Schnittgut für einfache Hebelbedienung in dem angehängten 150 Liter Fangkorb zu sammeln. Der am Heck des Mähers montierte Fangkorb lässt sich direkt vom Fahrersitz aus mit einem einfachen Handgriff leeren. Dank des Nullwenderadius und der intuitiven Steuerung des Mähers brauchen Sie mit diesem Modell zum Rasenmähen nur die Hälfte der Zeit. Anhand zweier bedienerfreundlicher Handsteuerhebel steuern, beschleunigen und bremsen Sie den Rasenmäher. Damit verfügen Sie über ein Maß und Kontrolle, das die Fähigkeiten fußpedalgesteuerter konventioneller Aufsitzrasenmäher bei weitem übertrifft. Der Nullwenderadius des Timecutter Direct Collect erlaubt das bündigere Ausmähen um Bäume, Blumenbeete und andere Gartenbauobjekte. Dadurch ersparen Sie sich viel Mühe und Zeit. Der am Heck des Mähers untergebrachte Motor ermöglicht Ihnen eine ungehinderte Sicht. So wird das Fahren dieses Mähers wesentlich sicherer und einfacherer als mit einem konventionellen Aufsitzrasenmäher. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, Stärke und Einfachheit zeichnen den Timecutter Direct Collect aus. Und all dies in Kombination mit einer ausgezeichneten Leistung, die Toro zur ersten Wahl von Gartenprofis weltweit machen. Der Timecutter Direct Collect. Wieder ein Grund mehr auf Toro zu setzen, wenn es um Ihren Garten geht.